Der Narzisst fängt an, dich zu vermissen. Jetzt denkst du dir, das kann doch gar nicht sein, der hat mich nie wirklich geliebt. Ja, aber du warst die Person, die rausgestochen hat bei dem Ganzen. Du warst die Person, die wirklich anständig war, die wirklich ein gutes Herz hat, die auf den Partner geschaut hat und jetzt läuft er rum und sucht und sucht und alles ist so kurzlebig, kurzweilig und er kann einfach keinen Ersatz für dich finden. Ja, sowas kann es geben. Ich wünsche dir das nicht. Aber das zeigt dir, dass du vielleicht doch ein sehr guter Mensch bist, was du jetzt lange nicht geglaubt hast, weil du immer gedacht hast in der Beziehung, ich bin das Problem, ich müsste irgendwas richtig machen. Dir wurde die ganze Zeit Schuld untergejubelt so ungefähr. Du warst an allem schuld. Du hattest immer einen flauen Magen und hast den Fehler immer bei dir gesucht. Doch jetzt bist du, durch meinen Kanal hoffentlich, schlauer und weißt, dass du weg musst und dass du keinen Huber akzeptieren sollst. Doch der Narzisst beobachtet dich. Er muss dich beobachten. Kontrollverlust und keine Manipulation mehr ist das Schlimmste für ihn, was er überhaupt haben kann. Er wird dich stalken. Er wird sich ein Fake-Profil holen. Er wird bei deinen Freunden fragen, wie es dir geht. Bei deiner Familie, bei deinen Nachbarn, bei deinen Armutskollegen, egal was. Er wird einen Weg finden. Aber nach dem zweiten oder dritten Supply, ich muss es immer verallgemeinern, bei mir war es halt eine Frau, aber es ist eigentlich der Narzisst. Auf jeden Fall zwei, drei, vier kurzweilige Beziehungen später merkt er dann, ja, okay, ich habe echt irgendwas, ich habe was Krasses gehen lassen. Jetzt beißt sich ein bisschen, weil es immer heißt, es war keine Liebe, es hätte nie eine sein können. Ist so. Aber sie finden halt keinen Menschen mit dem Stellenwert, mit dem, der selber seinen Wert so gut kennt wie du, der mitten im Leben steht, der selber irgendwas kann. In meinem Beispiel kann der Narzisst so gut wie gar nichts und er lernt sich nur von fertig essen und erzählt auch komischerweise jedem so durch das schlechte Selbstbewusstsein so unterschwellig, was er alles nicht kann, beziehungsweise wie schlecht seine Beziehungen laufen und dass er eigentlich das Opfer ist. Aber nein, wir wissen das ja mittlerweile besser. Es ist alles Maske, Fassade, Lügen und du weißt es jetzt. Jedoch wird der Narzisst immer wieder probieren, bei dir anzudocken. Es werden Mini-Love-Bombings sein. Also die Anfangsphase, die du so toll fandest, die vielleicht auch toll war, das will ich gar nicht abstreiten, kommt halt in kleinen Schüben wieder. Und du denkst dir, hey, jetzt hat er es ja endlich kapiert. Jetzt hat er sich geändert. Jetzt ist er endlich so, wie ich es mir gedacht habe. Jetzt ist bei ihm der Groschen gefallen. Jetzt kann es wieder so werden. Wie gesagt, nein, es ist alles Fassade. Diese Person kann vor dir sitzen, vor dir heulen, vor dir knien. Alles, du musst es ignorieren. Dieser Mensch ist toxisch und kann sich nicht ändern, außer er geht wirklich in Therapie und sieht es selber ein. Was aber nicht passieren wird, weil er selber nicht reflektieren kann und wenn du ihn darauf ansprichst, uff, mach das nicht. Mach das auf keinen Fall. Naja, aber trotzdem wirst du ihn nicht los. Und die Sache ist, sie wissen auch genau, welche Dinge sie sagen müssen, welche Knöpfe sie bei dir drücken müssen. Alles mögliche, damit sie weiter in deinen Gedanken bleiben. Ob im Positiven oder im Negativen ist dann ganz egal. Hauptsache, du bleibst in diesem Traumaband drin. Du bleibst in dem narzisstischen Nebel. Du bleibst immer noch in dieser Sache drin. Deine gute Laune, die du wieder aufgebaut hast nach dem Schluss, kriegt es halt genauso wieder Ups und Downs, heiß und kalt. Und ich glaube, ihr kennt das aus der Beziehung. Und so schwer es ist, klar ist Nein. Und diesen Gedanken immer wieder mit dem klaren Wort Stopp wegschieben. Das ist das Beste. Ich meine, ich kann aus Erfahrung sprechen, dass es nicht immer hinhauen wird. Das ist leider so. Also dann liegst du abends wieder im Bett und denkst drüber nach und denkst dir aber selber, warum? Mit jeder Phase meines Körpers will ich diese Person nicht mehr sehen und hören und gar nichts. Aber er hat es mal wieder geschafft. Er ist wieder in deinem Kopf. Und das reicht. Das geht auch teilweise fast schon telepathisch so. Also du bist einfach mal aus dem Nichts irgendwie ein bisschen down, ein bisschen gefrustet, weil du irgendwie ein, zwei Sätze über diese Person gehört hast oder weil die vielleicht gerade an dich denken. Ich glaube jetzt auch nicht an so Telepathie, aber es gibt oft Momente, wo es mir eigentlich gut geht, wo ich dann nicht weiß, warum seitdem. Und vielleicht hängt es irgendwie zusammen. Nun ja, ich sage es dir nochmal. Wenn du ausweichen kannst, lösche alles, blockiere diese Person. Ich kann es leider nicht. Und das wird auch für länger noch ein Problem sein. Leider. Und wenn es diese Person nicht gewesen ist, so findest du in jedem Betrieb, in jeder Firma, findest du die Narzissten. Und ich habe dieses magnetische Talent dafür. So, hey, da sind ja tausend Leute in der Firma. Ach ja, das ist mein direkter Kollege. Das ist mein Vorgesetzter. Natürlich ist er der Narzisst. Natürlich ziehe ich diese Person an. Und diese Leute wissen ganz genau, welchen Wert du hast und was du alles kannst, weil sie das selber alles nicht haben und das von dir saugen wollen. Und genau deswegen wird der Narzisst auch immer wieder zurückkommen, weil er vielleicht genau das einfach nicht mehr findet. Weil sowas wie du, und ich werde es pauschalisieren, weil ich mag euch ja alle, ist einfach auch was Besonderes. Und ich meine, wir haben ja alle dasselbe durchgemacht und ich sehe es in euren Kommentaren, wie krass ihr alles so bestätigen könnt. Also es gibt wirklich eine Art Drehbuch in dieser Verhaltensstörung. Finde ich richtig krass. Also wie gesagt, die Leute kennen sich nicht, sind auf verschiedenen Kontinenten und handeln nach genau den gleichen Mustern. Und für uns Menschen ist es halt immer schwierig, sich dann was vorzustellen, was wir selber nicht fühlen oder was wir selber nicht kennen. Auf der Welt ist ja alles irgendwie begrenzt, deswegen können wir uns unendlich nicht vorstellen. Also das Beispiel mal. Genauso kann ich mir nicht vorstellen, nicht reflektieren zu können. Und einfach, nö, nö, das war nicht so. Nö, das hast du dir eingebildet. Das habe ich so nie gesagt. Ach, nö, 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 du redest schon wieder Stuss. Das bist du nur heute so komisch, die ganze Mist. Aber warst du dir nicht fertig, du warst nie das Problem. Und das wirst du genau an dem Punkt, wo der Narzisst merkt, dass er dich für immer verloren hat, wirst du es merken. Weil dann will er genau da wieder andocken. Aber es ist wichtig, dass er dich für immer verloren hat. Es ist wichtig, dass du für dich begreifst, auf keinen Fall. Und ich weiß, wie schwer es für manche ist. Denk nochmal drüber nach, du warst in der Regel nicht verliebt. Du wurdest durch dieses Heiß- und Kalt-Spiel einfach süchtig gemacht. Du wurdest abhängig gemacht. Zumindest hilft mir das auf dem Weg da raus, weil ich jetzt weiß, wenn ich die Person sehe, sehe ich eine leere Hülle, die einfach, das hört sich immer blöd an, wenn ich sage, keinen Mehrwert für mich hat. Weil, ja, jede Beziehung, da muss jeder Frau und Mann, muss einen gewissen Teil beitragen zur Beziehung. Wenn eine Person einfach nur sagt, ich bin hier der Preis und der andere macht die ganze Arbeit. Egal ob Mann oder Frau, das ist keine gesunde Beziehung. Allgemein sich selber als Preis zu sehen. Wobei in der Beziehung ja du der Preis warst. Weil du bist keine leere Hülle, du bist kein Lügner, du bist kein Manipulator, du bist ein ganz normaler Mensch mit normalen Werten, der hoffentlich seinen Wert kennt. Und wenn nicht, jetzt nach dieser Beziehung seinen Wert kennt und aus dieser Sache wächst. Und ich weiß, euch fehlt das Video mit die Version, die dritte Version von dir nach deiner zwischenbeziehung. Die kommt auch noch, auf jeden Fall. Aber diese Leute wandern über diesen Planeten und brechen Herz, Herz, Herz. Beißt dich jetzt gerade mit dem, wo ich gesagt habe, Liebe war es nicht. Aber in einer gewissen Hinsicht warst du verliebt. Es wird dir bloß sehr, sehr viel leichter fallen, wenn du das Wissen hast, davon Abstand zu gewinnen. Weil wenn du da wieder zurück willst, dass es mit dem Stockholm-Syndrom ist. Was willst du da? Willst du zu deinem Entführer zurück, der dich jahrelang, monatelang, je nachdem, manipuliert, betrogen, belogen, Sachen umgedreht hat, ja, Schuldzuweisung, alles. Also wer das will, dann bin ich lieber alleine. Und das ist ja auch der Unterschied zwischen uns. Also will ich jetzt auch nicht pauschalisieren. Ich kenne euch nicht. Aber der Narzisst kann nicht alleine. Absolut nicht. Der kriegt nichts gebacken. Deswegen ist das Wichtigste auch, in der Beziehung zu sein. Und das Gespräch danach war dann auch so von wegen, ja, ich wünsche dir auch, dass du bald eine findest und glücklich wirst. Und ich denke mal so, ja, für mich ist es aber nicht meine A-Priorität, so, dass ich irgendwen habe. Wenn, dann soll es schon passen. Jetzt nicht, dass ich die berühmte eierlegende Wollmilchsau, ich hoffe, das kennt man in ganz Bayern, in ganz Deutschland, suche. Aber ich kann recht gut alleine. Und wenn es irgendwo nicht passt, dann passt es halt nicht. Aber deswegen muss ich nicht monatelang mit dieser Person zusammen sein. Hauptsache ich habe ihn, weil ich alleine nicht kann. Der Narzisst ja. Deswegen zieht er oft um. Deswegen hat er schon so viele Beziehungen gehabt. Deswegen ist sein sogenannter Bodycount auch ziemlich hoch. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass alle Narzissten betrügen. Aber in der Regel leider ja. Weil du brauchst mehrere. Das ist dein Lebensinhalt. Deswegen hast du vielleicht auch nie so Sachen gelernt wie, wie wechsle ich mein Öl? Wie koche ich was? So ganz einfache Sachen. Also es gibt viele Narzissten, die einfach ihr Leben absolut nicht im Griff haben. Und du schon, weil du warst bis zum Schluss hier dabei. Es geht auch bald wieder weiter hier. Danke fürs Zuschauen. Ich freue mich immer noch. Und ich werde es auch jetzt mal wieder betonen, wie krass ihr klickt und kommentiert. An der Stelle lasst mir bitte ein Abo da, ein Kommentar, ein Like für den Algorithmus. Hilft es immer, auch wenn du es schon getan hast. Ich freue mich über jedes Hi, du bist super. Irgendwas Kurzes. Ihr seid alle super und ich werde euch auch allen antworten. Soweit kann ich es auch noch, weil es schon viele Kommentare sind und vieles geht dann auch durch die App oder YouTube allgemein unter. Also wenn ich irgendwen vergesse, dann tut es mir leid. Ansonsten freue ich mich über jeden, der hier ist und viel Kraft bei deiner Heilung. Und du wirst es auf jeden Fall schaffen, weil du wachst zur nächsten Person von dir selber. Und dieser Teil wird der nächste. Fest versprochen. Wenn nicht, dann könnt ihr mich alle deabonnieren. Fest versprochen. Also bis dann. Peace.